Und damit willkommen zurück zu Hellblade 2. Ja, in der letzten Episode mussten wir ja hier wieder Rätsel lösen. Unser Better ist schlecht, wir hatten eigentlich so eine geile Landschaft, aber wir dürfen ja da, so wie es aussieht, nochmal einen Bosskampf machen. Und ja, unsere Freundin da hinten war, da gefunden sich. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und ich halte mal wieder meine Klappe. Los geht's. Aber sie folgen Sie. Sie war weg, sie hat uns geblieben. Vielleicht ein Tag, ich kann auch sehen, wie Dinge werden können. Du musst die Schmerzen finden. Find sie. Du bist nicht gekommen? Es gibt etwas, ich muss nachdenken. Bordervik ist gerade nach dem Wasser. Ich würde sagen, bitte beiniget ihr euch. Sie braucht zu verstehen. Ich sehe, dass du dich kannst. Sie können sich nicht mehr. Sie können sich nicht mehr aufhören. Sie sind so ein Wurziger. Sie ist so ein Wurziger. Sie hat sich sofort als es war. Warum die Dreyko gekommen sind? Was waren sie für? Was waren sie für? Sie sind für uns? Ja, sie müssen uns für uns für uns. Was ist sie für uns? Was ist sie für sie hier? Was ist es ein Wurziger? Sie ist stark. Sie hat sie mit ihnen geschlagen. Drei. Vielen Dank. Vielen Dank. ...the price if you want them to help you again. You have to find your way, Tosh. Yes. What are we looking for? Let's see. Let's see. Let's see. Sie müssen den richtigen Weg nachsehen. Er ist dead. Missed. Everywhere. Signs forming. Missed. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das True You need us But you must find us first Ich schaffte mich an ihn. Ich schaffte mich an ihn. Ich schaffte mich an ihn. Es ist nicht vorbei, bis es ist fertig. Find the symbol, and you are mine. What else is there to find? This is where he comes from. The sea. They said so, they told you. It's close. There. Make it happen. Yes. The second sign. She needs to know his name. You have to find out. She needs to understand. If you want to kill him, you need to know. They can help her understand. Now, hang it up. Follow the light. There it is. What does it mean? She is closer than she was before. She is closer than she was before. How the giant came to be. How did he come to you? They will show you if you follow. What is his story? You need to know the truth. She needs to know the truth. You have to find it out. What is the truth? Maybe she should just help herself. Help us. No. Find the sign. You have to know the truth. It's impossible. You don't feel free. I know she used to know the truth. I'm a force Die Skalds sagen, Grettir, wounded by Seyther, was now so weak it was possible for his enemies to defeat him. Under cover of night, Thorbjörn and his men attacked his shelter. They tried to disarm him, but he clung so firmly to his sword, Kahr's loom, that they had to cut off his arm to get it free. Then they used his sword to cut off his head, and the land's mightiest outlaw was dead. He's dead. No. That's what he's dead. No. He's dead. No. Diese Menschen wissen, dass der Seagod, Rahn, erhebt die Nets, um die Säilern zu verabschiedern und sie nach ihrer Welt zu verabschiedern. Sie senden die Waves, ihre Kinder, um die Böse zu verabschiedern, damit sie mehr Menschen zu nehmen. Und, zeuglos, sie sie unter den Wasser zieht. Eine große Musik. Oh Gott. 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 Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. 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 Oh.